Wir haben die letzte Vorstellung hier in der Stadt. Und wir hatten auch gut, weil die Tage der 24, das war die Freischütze, die kamen wir hier zu sehen. Dann wird auch wenig geartig geworden wie alle anderen. Und am 13. und 14. Jahrhundert, 1905, das ist Dresden, Schicksalsdatum, das ist total vergrößert. Und das ist natürlich auch das Ende des Todes. Und das ist natürlich auch das Ende des Todes.